Moin Moin und Grüß Gott! Willkommen bei Stecker Checker. Heute bringen wir die Technik in die Küche. Da fehlt's einem ja meist nicht nur an Platz auf der Arbeitsfläche, um Mixer und Toaster unterzubringen, sondern es fehlt auch oft eine gut erreichbare Steckdose. Und genau für das Problem habe ich euch heute hier von Bachmann die Eck-Steckdosenleiste Casia mitgebracht. Im Nachhinein den Fliesenspiegel in eurer Küche rauskloppen, nur um zwei weitere Steckdosen hinzuzufügen? Das ist für die meisten leider keine Option. Und was tue ich nun, wenn ich es also leid bin, jedes Mal, wenn ich die Küchenmaschine raushole, den Wasserkocher vorher ausstöpseln zu müssen? Mit der Casia von Bachmann gibt's dafür echt eine schöne Lösung, denn damit kriege ich Steckdosen dahin, wo ich sie brauche in der Küche. Ich kann sie einmal in der horizontalen installieren, dann sitzt sie direkt zwischen Arbeitsplatte und Fliesenspiegel. Wunderschöner Abschluss. Oder ich packe sie in die Vertikale, richtig schön in die Ecke integriert und jetzt denkt ihr ja gut, meine Oberschränke passt das alles. Es gibt eine Höhenverstellung, mit der kann ich das perfekt anpassen, dann integriert es sich wunderbar in die Ecke von eurer Küche. Ein Vorteil von so einer Eck-Steckdosenleiste ist, dass man sie super nachrüsten kann. Bedeutet, wenn ich bei meiner Küchenplanung vielleicht noch nicht das Teil hier direkt mit eingeplant habe, kann ich auch erstmal meine Küche nutzen und schauen, wo ist der Strombedarf denn eigentlich am größten? Und dann entscheiden, auch hier will ich sie lieber in der horizontalen oder nee, lass uns da in der Ecke noch eine vertikale Casia installieren. Und dann habt ihr auch nicht allzu große Installationsprobleme. Ihr müsst nur kleine Löcher bohren, denn das Kabel hat erstmal noch gar keinen Stecker dran. Aber keine Angst, den Stecker-Check besteht das Ding natürlich trotzdem. Der ist mitgeliefert und kann dann von euch einfach im Nachhinein installiert werden. Eins ist klar, in meiner Küche möchte ich die Casia von Bachmann nicht mehr missen. Denn die Gadgets werden auch in der Küche bei mir immer mehr und mit der Casia bin ich da echt einfach zukunftssicher aufgestellt. Denn egal wie viele Smartspeaker, Mixer, Espressomaschinen noch dazu kommen, ich habe einfach genug Strom zur Verfügung. Wenn ihr diese Eck-Steckdosenleiste bestellen wollt, dann findet ihr unter dem Video einen Link, da könnt ihr das Teil meist mit nem netten Rabatt direkt bestellen. Und denkt immer dran, bei Elektroarbeiten jeglicher Art erst Stecker raus, Sicherung aus.